Das Jahr 1964 war auch ein Jahr der Abschiede. Mit General Heusinger und einer Reihe von anderen Generalen dieser Generation traten die letzten Soldaten in den Ruhestand, die noch als Frontoffiziere den Ersten Weltkrieg miterlebt hatten. General Speidel, der frühere Oberkommandierende der NATO-Landstreitkräfte Europamitte, General-Lotan Zerbe, der Inspekteur des Heeres. Staatssekretär Hopf wechselte vom Bundesverteidigungsministerium als Präsident zum Bundesrechnungshof hinüber. General Dr. Hans Speidel formulierte in einem Fernsehinterview das Vermächtnis dieser hochverdienten Soldaten an die Bundeswehr. Der Bundeswehr, der wir uns immer zugehörig fühlen werden, wünschen wir Mut zum Bekenntnis, gegenseitiges Vertrauen, Einstehen füreinander, Entschlussfreudigkeit, treue Kameradschaft im Geiste bester Tradition, der zeitlosen Werte echten Soldatentums, die mit dem wahren Menschentum identisch sind. Ich habe der Schule Inneren Führung in Koblenz seinerzeit die Devise des alten Tübinger Piedisten Friedrich Etringer mit auf den Wege gegeben. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gott gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, um die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Helm, ab, zum Gebet! Lägg, 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 lägg! Musik Musik